Willkommen zum vierten Teil des Themas Bildschirmobjekte anordnen. Und nachdem es beim letzten Mal um die Zuordnung von Objekten zueinander geht, also ist dieses Objekt mit diesem direkt verbunden, wie mache ich die Zuordnung zwischen beiden, also durch Nähe, durch Kollokation also, durch ähnliche Anordnung, durch Konkurrenz oder durch Kopplung, eine sichtbare Verbindung dorthin, geht es jetzt um Gruppieren und Absetzen. Dabei geht es nicht darum, dass zwei Objekte direkt aufeinander bezogen sind, so wie Beschriftung und Eingabefeld oder Eingabefeld und Abschickbutton für genau dieses Eingabefeld, sondern dass es bestimmte Objekte gibt, die inhaltlich zueinander gehören, während andere inhaltlich nicht dazu gehören. Klassischerweise kennt man das von Eingabeformularen und da ist es auch häufig ein großes Problem. Wir sehen das hier. Dieses Formular links ist aus LibreOffice, damit habe ich mich herumgeplagt mit diesem Formular. Das ist nämlich aus der in LibreOffice integrierten, sehr einfachen Literaturverwaltung und ihr seht hier alle möglichen Eingabemöglichkeiten für Literatur, aber es ist überhaupt nicht biedenstrukturiert, die Reihenfolge ist nicht besonders logisch, es gibt keine getrennten Bereiche, keine Gruppen da drin, es ist alles, ja nicht durcheinander, durcheinander kann man nicht sagen. Es ist ordentlich aufgeschrieben, also es ist, naja, alles in Reihe und Glied, aber strukturiert ist es eben nicht. Und das ist hier ein Problem. Eines der größten Probleme ist hier übrigens, dass nicht für jeden Artikeltyp, der kurioserweise als zweites hier steht, jedes dieser Felder wirklich relevant ist. Das heißt, man könnte dadurch Ausgrauen oder tatsächliches Ausblenden einzelner Felder schon ziemlich viel erreichen. Aber selbst wenn man sie alle drin haben wollte, müsste man irgendeine Binnengruppierung finden. Das ist hier nicht gemacht worden. Das wichtigste Mittel, um das hinzukriegen, ist Platz. Einfach Platz lassen zwischen den Objekten. Das wäre auch hier eine gute Idee gewesen. Auf dieser Maske, das ist wieder die Software Schild NRW, von der ich schon mal gesprochen habe, da hatten wir uns auch schon mal über die Icons unterhalten und warum die nicht besonders gut sind. Ja, und was sehe ich jetzt hier? Ich sehe hier eine Eingabemaske und auf dieser Eingabemaske ist alles dicht an dicht. Irgendwie sieht es aus, als hätte man überall noch etwas hineingequetscht, was gerade noch irgendwie möglich wäre. Naja, was kann ich denn hier machen? Was ist das Problem? Wenn wir mal versuchen, das zu analysieren. Wir stellen fest, es gibt viel zu viele überflüssige Linien. Guckt mal ganz unten in das Bild. Unten in dem Bild seht ihr ganz viele Linien übereinander, die alle überhaupt keine wirkliche Bedeutung in diesem Zusammenhang haben. Da sind zusätzliche Linien eingebracht worden. Es ist so, dass zusammengehörige Felder teilweise ziemlich weit verteilt sind. Zum Beispiel die Schulpflicht erfüllt, das befindet sich in diesem rechten Bereich, im unteren Bereich, könnte genauso gut unten bei der Schullaufbahn untergebracht werden und wäre da, glaube ich, auch besser aufgehoben, das an der Stelle unterzubringen. Es mag auch andere Gründe geben, aber es ist zumindest kein anderer guter Grund erkennbar, weil einfach keine Struktur hier erkennbar ist. Man sieht es auch zum Beispiel sehr schön bei der Konfession. Schaut mal, wo die Konfession ist. Die ist in dem Bereich links. Oben haben wir ja irgendwie so Adressen. Dann haben wir Telefon, Fax, Mobiltelefon, E-Mail, Geburtsname. Dass der Geburtsname hier ist, ist schon mal wieder komisch. Wieso ist der nicht bei dem Namen? Dann haben wir Geburtsort. Gut, Geburtsname, Geburtsort gehört vielleicht zusammen. Aber was hat das mit E-Mail und Telefon zu tun? Also man hat hier so den Eindruck, dass überall, wo noch ein Platz war, dieser Platz auch genutzt wurde, um da noch was unterzubringen. Ganz kurios, das Wort Datensatz ist Duplikat, was da unten steht. Naja, warum steht das denn an dieser Stelle? Das gehört doch hier nicht hin. Denn Datensatz ist Duplikat, ist doch eine so allgemeine Angabe. Das hat doch nichts mit der Staatsangehörigkeit zu tun oder mit der Konfession. Das müsste doch in irgendeinem anderen Bereich, eher vielleicht so rechts oben, wo eine ID-Nummer ist und wo Status angegeben ist. Also ihr seht, es ist durcheinander. Wie könnten wir besser gruppieren? Wie könnten wir das besser hinkriegen? Wir brauchen Platz. Aber Platz scheint es überhaupt nicht zu geben. Hier ist doch gar kein Platz mehr. Hier ist doch alles schon dicht an dicht gut. Es gibt ein paar Bereiche, da ist Platz. Aber da das nur noch unterzubringen, wie schaffen wir das denn? Wir schaffen es, indem wir uns erstmal Platz verschaffen. Wir verschaffen erstmal die vielen überflüssigen Linien und so ab. Und wir können auch einige der hier angegebenen Felder zusammenfassen. Zum Beispiel auf der rechten Seite seht ihr so relativ in der Mitte ein Feld, das heißt Fahrschüler. Da geht es nicht darum, ob jemand in die Fahrschule geht, sondern da geht es darum, ob das ein Schüler ist, der mit dem Bus kommt, der also herangefahren wird. Ja, und nur Fahrschüler werden ja wohl eine Haltestelle haben. Das heißt, man kann diese beiden Felder miteinander verbinden an dieser Stelle und hat damit auch schon wieder ein bisschen Platz gespart. Ansonsten könnte man natürlich auch darüber nachdenken, hier einfach weniger unterzubringen oder tatsächlich mehr Platz zu benutzen, denn moderne Bildschirme geben natürlich viel mehr her, als hier zu sehen ist. Aber machen wir das mal nicht. Wir entfernen mal nur den ganzen Unrat, also die überflüssigen Bereiche hier drauf, fassen ein kleines bisschen was zusammen und nutzen diesen Platz dann, um bei einer Umsortierung die Sachen etwas auseinanderzuschieben. Und oh Wunder, das geht. Und wir sehen das hier. So sieht das dann aus. Das ist jetzt bestimmt auch kein Design, was einen Preis gewinnen würde, wo man sagen würde, ich weiß gar nicht an mich zu halten, ich habe noch nie so eine schöne Software gesehen. Aber es gibt jetzt erkennbare Blöcke von Dingen, die zueinander gehören. Man sieht zum Beispiel die Straße an einer Stelle und da habe ich auch mal Fahrschüler- und Haltestelle untergebracht, denn damit hängt es ja irgendwie zusammen, ob man das ist. Oben ist der Name, rechts sind so allgemeine Statusinformationen, dann haben wir einen zweiten Teil Kontaktinformationen zu Telefon, E-Mail und Co., also elektronische Kommunikation, wenn man so möchte. Ah, den Geburtsnamen habe ich da gelassen. Naja, könnte man vielleicht besser lösen. Dann habe ich hier in diesem großen freien Feld diese Icons untergebracht, wofür sie jetzt auch immer sind. Das soll uns an dieser Stelle mal gar nicht interessieren. Ganz unten ist der Bereich, der um die Schullaufbahn geht und in der Mitte haben wir noch Bereiche, die mit Konfession und Staatsangehörigkeit und sowas zu tun haben. Die konkrete Ausgestaltung ist fraglich. Man kann jetzt sagen, da hast du aber nicht gewusst, dass doch das und das miteinander zusammenhängt. Ja, klar, das weiß ich auch tatsächlich nicht, weil mir diese Schulverwaltung jetzt nicht so wahnsinnig langer liegend ist. Aber das zeigt hier, man kriegt es hin, durch Weglassen von Unrat und teilweise ein bisschen das Zusammenfassen von Elementen Platz zu schaffen und damit eine strukturierte Darstellung möglich zu machen, ohne dass ich tatsächlich mehr Platz insgesamt jetzt gebraucht hätte. Es geht. Obwohl mehr Platz sicherlich nochmal wünschenswert gewesen wäre. Schaut euch dieses Bild hier mal an. Auch das ist ordentlich. Auch da ist die Übersichtlichkeit in dem Sinne der Ordnung gegeben. Es ist alles schön in Reihe und Glied. Aber auch das ist hier nicht sinnvoll. Was haben wir hier zu sehen? Was ist das? Das ist eine Fernbedienung für einen digitalen Bilderrahmen. Etwas älteres Modell. So eine Hardware-Fernbedienung, wo man diesen Bilderrahmen mit steuern kann, Bilder weiterschalten kann und so weiter und so fort. Naja, schön ordentlich ist es. So ein Standarddesign. Also einfach so ein Array von Knöpfen und Beschriften kann man die dann lassen. Und naja, so eine Fernbedienung, die kann dann für alles Mögliche fungieren. Aber hier ist es auch wieder so, es gibt keine richtige gute Gruppierung. Es ist erstmal sowieso schon schwer, überhaupt zu erkennen, wie die Knöpfe sind. Der Kontrast ist zu niedrig. Das hätte man besser machen können. Aber das Problem an dieser Stelle ist vor allen Dingen, dass es keine Funktionsgruppen gibt. Beziehungsweise es gibt sie natürlich, aber man kann sie nicht erkennen, weil sie nicht richtig voneinander abgesetzt wurden. Hier ist einfach alles in eine Symmetrie hineingegeben, beziehungsweise in ein geometrisches Raster. Das macht es ordentlich, aber nicht strukturiert. Reine Geometrien dieser Art sind ein schlechter Ratgeber, genauso wie Symmetrie für sich genommen ein schlechter Ratgeber ist, wenn es keinen, naja, inhaltlichen Grund für Symmetrie gibt. Das haben wir vor allen Dingen beim Zentrieren von Text ja schon gesehen. Also auf die Mittelachse zu setzen, ist keine gute Idee. Nee, es ist symmetrisch, aber es ist für sich kein Wert. Es wird schlechter dadurch. Verbessern wir dieses Beispiel mal. Und gehen mal als erstes hin und machen mal die Knöpfe so, dass man sie lesen kann. Das haben wir jetzt hier. Ja, und was ich jetzt mache, ist, ich ziehe das mal auseinander und bilde mal Gruppen. Jetzt haben wir mal gesagt, Platz ist jetzt mal kein Problem. Wir haben jetzt noch eine riesige Fernbedienung, so DIN A4 große Fernbedienung oder DIN A5 große vielleicht. Was haben wir jetzt hier für Gruppen? Wir haben links alles, was mit Audio zu tun hat. In der Mitte haben wir dieses typische für das Menü, oben, unten, rechts, links, Enter. Oben haben wir Vorwärts, Rücklauf, ganz nach vorne, ganz nach hinten, Stopp, Pause, Repeat. Also was die Wiedergabe angeht. Dann haben wir rechts dreimal Menü, würde ich mal so sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe es so interpretiert, dass man drei verschiedene Arten von Menüs da aufrufen kann. Deswegen habe ich die mal auf der rechten Seite untergebracht. Unten links, das hat alles mit der Anzeige des Displays selbst zu tun. Also Display-Einstellungen, Zoom-Einstellungen, 4 zu 3, 16 zu 9 Umstaltung. Ja, und dann bleiben zwei Knöpfe übrig für Slide und Subtitle. Die habe ich dann mal an der Stelle noch zusammengefasst. Ja, das ist doch übersichtlicher. Also es ist übersichtlich, unstrukturiert, aber ein bisschen unhandlich. So viel Platz sollten wir uns dann vielleicht auch nicht gönnen. Aber das müssen wir auch nicht, wenn wir die jetzt einfach mal wieder anders anordnen. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Trennung schon mal. Wir könnten diese ja nochmal umsortieren und machen das zum Beispiel mal so. Und jetzt haben wir gar nicht mehr das Problem. Jetzt haben wir oben die ganzen Knöpfe zur Wiedergabesteuerung. Dann das Kreuz für die Einstellungen, also den Joystick, wenn man so möchte. Dann haben wir die ganzen Audio-Einstellungen, die Display-Einstellungen und die Menüs unten drunter. Na, das ist doch gut. Das sieht doch gut aus. Sieht doch viel besser aus. Und es hat nicht viel mehr Platz oder braucht nicht viel mehr Platz, als diese ganze Fernbedienung vorher hatte. Hier haben wir also durch Platz, durch ein bisschen mehr Platz, es hingekriegt, eine viel, viel bessere Strukturiertheit hinzukriegen. Dadurch, dass wir Gruppen gebildet haben und diese Gruppen räumlich abgesetzt haben. Das ist das A und O, das räumliche Absetzen. Was ist, wenn ich diesen Platz nicht habe? Was kann ich dann machen? Kann ich auch anders räumlich absetzen, als hier so durch Platz? Ja, geht. Ich zeige euch mal zwei Gestaltungsalternativen. Und auf der linken Seite seht ihr jetzt eine, die arbeitet damit, dass die Knöpfe selber farblich unterschiedlich sind. Und auch dadurch klappt es. Ich habe jetzt hier das Kreuz da auf der linken Seite, links oben. Und dann habe ich die Wiedergabe-Knöpfe mal einmal so drumherum einfach drapiert. Das geht ja, das erkennt man als zusammenhängende Figur. Naja, und der Rest, der befindet sich unten in anderen Farben jeweils als dadurch als Gruppe erkennbar. Kein Problem, so kann man es auch machen. Das Absetzen durch Platz ist sicher die bessere Variante. Aber wenn man den Platz nicht hat, funktioniert es so ganz gut. Oder auf der rechten Seite als Alternative. Ich färbe nicht die Knöpfe selber ein, sondern die Hintergründe hinter den Knöpfen. Also ich schaffe räumliche Bereiche, in die ich diese Knöpfe entsprechend anordne. Also hier den Bereich, den anderen Bereich drumherum und die zwei Bereiche da drunter. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit, die dafür sorgt, dass man sehr schnell diese Gruppen sieht. Es geht also hier auch wieder um eine räumliche Gruppierung. Es ist immer eine Überführung einer inhaltlichen Gruppierung in eine optisch wahrnehmbare Gruppierung. Also eine räumliche Gruppierung. Und das schafft man hier entweder durch das Einfärben der Knöpfe oder durch das Hinterlegen der Bereiche. Es würde nicht funktionieren, nur die Knöpfe einzufärben, sie aber an der Stelle zu lassen, wo sie sind. Dann hätte man ein wirres Durcheinander und würde auch keine Gruppen sehen. Dann hätten wir eher eine Auszeichnung der Knöpfe. Darum geht es nicht. Es geht hier darum, dass ich Gruppen erkenne. Das heißt, das räumliche Zueinander sortieren ist immer die vorherige Notwendigkeit. Das muss ich immer machen. Dieses Farben und Schattierungen kann eine gute Lösung sein. Vor allen Dingen dann, wenn man halt ein Platzproblem hat. Man sollte es aber nicht machen wie hier. Das ist eine Software, die gibt es auch ganz ähnlich immer noch. Ihr könnt ja mal danach suchen. Kassensoftware. Ich bin mir nicht sicher, warum es so ist, dass gerade im Bereich der Kassensoftware also richtig in die Farbtöpfe gegriffen wird. Aber es ist oft so. Und das sieht man hier. Also auch hier an sich hat die Gruppenbildung ganz gut geklappt. Und das Absetzen durch Farbe ist auch eine gute Idee. Aber bitte nicht auf diese Art und Weise. Das sieht grauenhaft aus. Und auch in einigen Bereichen ist es auch sehr unergonomisch. Nicht nur durch das stark ablenkende Rot hier an dieser Stelle und diesen völlig überzogenen 3D-Effekt auf diesen Knöpfen, wo F7, F9 und so draufsteht. Sondern dann auch noch den viel zu geringen Kontrast oben beim Preis. Also die Farbgestaltung hier ist einfach misslungen. So bitte nicht. Wie machen wir es also? Dieses Strukturieren des Bildschirms, dieses räumliche Zuordnen. Möglichst durch Platz. Ich brauche immer eine Platzierung in unmittelbarer Nähe als erstes. Das ist immer der Fall. Es muss sein. Dann möglichst Platz verwenden. Und wenn man den Platz nicht hat oder wenn man das nochmal verstärken möchte, zusätzlich durch farbliche Ausdrucksmöglichkeiten. Das können auch reine Helligkeitsunterschiede sein, so wie wir das eben bei der grauen Hinterlegung gesehen haben. Ich zeige euch noch ein schönes Beispiel. Ein Taschenrechner. Und dieser Taschenrechner ist dem Windows-Taschenrechner, wie er bis vor kurzem noch aktuell war, nachempfunden. Ich zeige euch gleich mal Beispiele, wie das Microsoft tatsächlich gelöst hat. Na, was sehen wir hier? Wir sehen einen Taschenrechner mit vielen Knöpfen. Und diese Knöpfe sind tatsächlich schon räumlich gruppiert. Aber die Gruppen sind nicht zu sehen, weil diese Knöpfe alle gleich aussehen. Und ich sehe keine räumliche Struktur, irgendwie sehe ich keine Abgesetztheit. Was kann man machen? Man könnte versuchen, die Texte einzufärben. Und das zeige ich euch nur, weil ich euch gleich auch nochmal zeige, dass das tatsächlich gemacht wurde. Ist schon lange her, aber es wurde tatsächlich so gemacht. Das funktioniert auch nicht besonders gut, denn, naja, eingefärbte Texte, die Farbe ist schlecht wahrzunehmen. Das hatten wir ja schon mal besprochen. Es ist immer besser, man färbt die Hintergründe ein, als die Vordergrundtexte. Entweder wird Vordergrundtext unlesbar oder die Farbe ist schlecht erkennbar. Und hier haben wir sogar auch noch eine Signalfarbe drin mit dem Rot. Also, das ist keine gute Idee. Färben wir vielleicht besser die Hintergründe ein, so auf diese Art und Weise? Ja, jetzt kann man sich über die Farben, die ich ausgesucht habe, sicher streiten. Das ist auch wieder nicht etwas, was einen Designpreis gewinnt. Aber Blöcke sind jetzt gut erkennbar, ohne Probleme. Alle Zahlen sind erkennbar und ABCDEF sind hier ja auch Zahlen. Da geht es bei hexadezimaler Eingabe drum. Pi ist auch eine Zahl. Ja, dann haben wir rechts die ganzen Operatoren. Rücktaste CE und C hätte ich vielleicht noch eine andere Farbe nehmen können. Links haben wir höherwertige Rechenoperationen, wenn man mal so will. Dann haben wir Store und sowas auf der linken Seite. Okay, wir sehen also hier an dieser Stelle Blöcke. Wie wäre es denn mit ein bisschen mehr Platz? Ja, klappt auch. Ein bisschen mehr Platz. So sehen wir die einzelnen Bereiche auf jeden Fall. Gar kein Problem mehr, jetzt die einzelnen Bereiche zu unterscheiden. Ist das vielleicht noch ein bisschen besser, unterscheidbar zu machen? Ja, zum Beispiel, indem wir dann noch unterschiedliche Schattierungen für diese Knöpfe verwenden. Das unterstreicht noch mal zusätzlich den durch Platz schon geschaffenen Unterschied. Das wäre eine gute Lösung für diesen Taschenrechner. Braucht natürlich etwas mehr Platz, als der Taschenrechner vorher brauchte. Ich zeige euch das mal, wie Microsoft das gelöst hat, denn der Taschenrechner ist bei Windows 10 eigentlich das erste Mal wirklich verändert worden. Vorher war der Taschenrechner eigentlich immer gleich geblieben, nur das Design wurde ein bisschen geändert. Was seht ihr da? Ihr seht links oben den Taschenrechner in der Version von Windows 3.11 oder 3.1. Naja, und was ihr da seht, ist genau diese Einfärbung der Schrift, beziehungsweise hier ist auch noch die Umrahmung mit eingefärbt. Aber trotz alledem ist das keine besonders gute Technik, um diese Einfärbungen zu machen, zumal auch nochmal wieder richtig in die Farbkiste gegriffen wurde. Ihr müsst natürlich aber bedenken, das wurde gemacht zu einer Zeit, als viele Windows-Nutzer Grafikkarten nutzen, die nur 16 Farben darstellen konnten. Und da hatte man jetzt nicht die wahnsinnige Auswahl an Farbschattierungen. Das kann das vielleicht ein bisschen erklären, warum man das so gemacht hat. Unten drunter seht ihr die Variante von Windows 95. Und bei Windows 95, da ist man jetzt tatsächlich hingegangen und hat tatsächlich auf gleichen Buttons die Farben der Schrift geändert. Hat aber gleichzeitig auch schon ein paar räumliche Absetzungen vorgenommen. Die räumlichen Absetzungen sind sicher eine gute Idee gewesen. Die Einfärbung der Schrift nicht, zumal hier ergonomisch ganz kritisch vorgegangen wurde. Also die Farben, das Rot ist auf dem Grau nicht so gut zu erkennen. Und dieses Magenta auf dem Grau hat viel zu wenig Kontrast. Das ist auch keine gute Gestaltung gewesen. Wohl, dass man die Farben verwendet hat, aber der Rest nicht. Dann seht ihr rechts noch die Variante von Windows 7. Ja, was haben sie denn jetzt gemacht bei Microsoft? Jetzt haben sie auf einmal alles wieder ineinander geschoben. Also das Platzen, das Absetzen hat hier nicht Früchte getragen. Man hat es wieder zurück geändert. Und das Einzige ist, dass man die Zahlen selber leicht anders dargestellt hat. Und ansonsten sind Gruppen wieder nicht zu erkennen. Bedauerlich, meiner Meinung nach. Das Einzige Gute hieran ist eigentlich, dass man das Gleichheitszeichen größer gemacht hat. Und damit besser und schneller zugreifbar gemacht hat. Ihr seht also, das Design und das Gruppieren ist bei Microsoft in diesen Beispielen offensichtlich parat gewesen, dass man das machen muss. Aber nach so richtig den Clou hatte man nie heraus. Bei Windows 10 hat man dann ein ganz anderes Design gewählt. Das kann man jetzt dann hier an dieser Stelle gar nicht mehr so richtig vergleichen. Überhaupt ist das Taschenrechner-Beispiel nicht ein besonders wichtiges Beispiel. Gerade, weil wir auch schon mal darüber gesprochen haben, es überhaupt nicht wirklich sinnvoll ist, einen Taschenrechner auf diese Art und Weise zu gestalten mit Knöpfen am Bildschirm, die man drückt, auf denen man dann, wenn man draufdrückt, Zahlen eingibt. Warum sollte man auf diese Art und Weise einen Taschenrechner gestalten? Was ich jetzt erzählt habe, dieses Absetzen, dieses räumliche Absetzen durch verschiedene Methoden, also durch Platz oder durch Hinterlegen oder auch durch Einfärben, das bezog sich immer auf inhaltliche Notwendigkeiten. Also ich habe inhaltliche Gruppen und diese inhaltlichen Gruppen, die stelle ich dann räumlich auch dar. Es gibt manchmal die Notwendigkeit, räumliche Gruppen zu erzeugen, obwohl es keinen inhaltlichen Grund dafür gibt. Und zwar hat das damit zu tun, wie wir wahrnehmen können und wie viel wir gleichzeitig wahrnehmen können. Und da hilft dann eine Gruppierung, eine wahrnehmbare Struktur, also ein wahrnehmbarer Unterschied, obwohl es keinen wirklichen inhaltlichen Grund dahinter gibt. Das zeige ich euch besser an diesem Beispiel. Ihr seht hier Striche. Und jetzt möchte ich gerne von euch, dass ihr mir mal zählt, wie viele Striche das sind. Und ich gebe euch mal ein paar Sekunden Zeit dazu. Hat es einer? Ne, wahrscheinlich nicht. Oder ihr könnt euch für irgendeinen Contest anmelden, dass ihr ein Genie seid und ganz schnell Striche am Bildschirm zählen könnt. Es ist schwierig, hier die Striche zu zählen. Denn wenn wir mit unserem wieder mal kleinen Wahrnehmungsbereich da drüber gehen, dann ist dazwischen immer alles gleich. Wir kriegen es nicht hin, zu wissen, welchen Strich wir schon gesehen haben, weil die unterscheiden sich ja gar nicht. Und wenn ich irgendwo in die Mitte gucke, dann ist egal, wo ich hingucke, ich sehe immer nur diese Striche. Was kann man machen? Man kann Strukturen schaffen da drin. Das kann man zum Beispiel so machen. Und jetzt haben wir immer Fünferblöcke. Und diese Fünferblöcke, ja, die kann man doch viel leichter jetzt zählen. Ich weiß jetzt, wie viele Fünferblöcke das sind. Jetzt muss ich die Fünferblöcke zählen. Aber irgendwie besonders gut ist das auch noch nicht. Machen wir das mal noch weiter. Was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Zwanzigerblöcke und ein Fünferblock ist übrig geblieben und dann sind nochmal drei übrig geblieben. So, was habe ich denn jetzt? 20, 40, 60, 80, 5, 3, 88. Es sind 88 Striche. Gar kein Problem, jetzt diese 88 zu zählen. Und zwar nur, weil ich Gruppen gebildet habe und Strukturen gebildet habe, die mir das ermöglichen, obwohl alle Striche gleich sind. Es gibt also keinen inhaltlichen Grund, dass dieser eine Strich genau an dieser Stelle steht und nicht an einer anderen Stelle. Die Empfehlung ist, dass man immer nach fünf oder vier Elementen, vier bis fünf Elementen, einfach eine Lücke irgendwo einfügt. Das hilft, die Blöcke zu sehen. Also man sieht dann Blöcke und kann dann besser sich zurechtfinden, was in welchem Block ist, um eine Orientierung zu behalten. Das kennt man von einigen Beispielen. Also hier zum Beispiel sieht man eine solche Tabelle und in dieser Tabelle sind jetzt immer fünf Einträge und nach fünf Einträgen ist immer eine Lücke gelassen. Das hilft, mit dieser Tabelle umzugehen. Es ist viel einfacher, in dieser Tabelle umzugehen, als wenn das einfach so durchrauschen würde. Das heißt, solche Elemente wie Listen, Menüs und Tabellen kann man unterstützen, indem man solche zusätzlichen Lücken da einbaut. Ein anderes Beispiel, ein schönes, ist eine IBAN oder auch früher eine Bankleitzahl. Nehmen wir mal die moderne IBAN. Schaut euch mal dieses hier an. Das ist, soweit ich weiß, die IBAN der Universität Paderborn. Also wenn ihr da Geld hin überweisen wollt, dann freut sich wahrscheinlich die Universität Paderborn. Schaut mal. Rechts, wie die IBAN da steht. Och, das ist schwierig, ne? Vor allen Dingen, wenn man so IBANs hat, in denen ganz viele Nullen drinstehen, dann hat man immer Probleme damit, wie viele Nullen sind das eigentlich? Man fängt dann schon an, die Nullen so durchzustreichen. Wenn man sich aber daran hält, dass man immer vier Ziffern auf einmal verwendet, wie es auf der linken Seite der Fall ist, dann ist es überhaupt kein Problem zu lesen. DDE 74 4765 0130 1010 0376 93. Kein Problem. Auf der rechten Seite fällt mir das schwer. Ich verkomme in den Ziffern. Wenn ich den Platz nicht habe, dann kann ich eigentlich ähnliche Dinge verwenden, wie vorhin bei der Einfeilung in der Fernbedienung, wo ich ja hinterlegt habe. Das kann ich natürlich auch bei solchen Listen machen. Durch diese Hinterlegung ist es auch sehr einfach, durch diese Liste hindurch zu kommen und vor allen Dingen die Zeile nicht zu verlieren, was ja schnell mal ein Problem sein kann in so langen Kolonnen. Ihr seht also, das Schaffen von Gruppen am Bildschirm, üblicherweise nach inhaltlichen Gesichtspunkten, aber auch nach Mengengesichtspunkten, um nicht zu große Mengen auf einmal zu haben, ist eine sehr, sehr wichtige Funktion und kann erreicht werden, in der Regel durch Platz schaffen, sonst aber auch durch Einfärben und vielleicht besser durch Hinterlegen, weil das Einfärben gerade von Text immer eine schwierige Sache ist. Soviel erstmal hierzu und wir kommen gleich noch zu einer wichtigen Technik, die man einsetzen sollte, um zu vermeiden, dass man überall so Rahmen drumherum zeichnet. Ich habe ja schon mal gesagt, Rahmen und Linien sollte man eigentlich immer vermeiden und das gucken wir uns im nächsten Video bei der Stapelungstechnik an.